Meine Kanalknaben, kleine, bleiche Inzucht-Kreaturen, die unterirdisch leben, kommunizieren ausschließlich mit Klicks und Pfiffen. Ich bin wirklich verwirrt. Du scheinst ein bisschen neben der Spur zu sein. Und was ist mit deinen Haaren? Haben die schon immer so fake und beschissen ausgesehen? Gott, wie interessiert sich denn bitte jetzt für Perücken? Diese Dinger sind ekelhaft. Die sind gar nicht ekelhaft. Das ist schwule Kultur. Schwule Kultur? Aber sie scheinen nicht schwul zu sein, sondern vielmehr gefährlich. Also, ich weiß deine Sorge ja zu schätzen, aber... Sie können Gedanken lesen. Was meinst du damit? Oh oh, da, der Hunger. Oh Gott. Für ein bisschen Aufschnitt tun sie einfach alles. Nein, das ist so krank. Was tust du bitte da? Alles klar. Du bist dran. Es muss doch einen anderen Weg geben, wie man sie füttert. Nein!